Leidenschaft hilft uns, scheinbar Unmögliches zu schaffen und die Welt zu verändern. Als Bergsteiger bin ich fasziniert von der Schönheit unserer Alpen. Die Auswirkungen des Klimawandels sind aber offensichtlich. Auch deshalb setze ich mich bei SwissDeck aus Überzeugung für die Energiewende ein. Ich bin stolz, dass die Gebäudetechniker schon seit vielen Jahren Teil der Energiestrategie 2050 sind. Mit erneuerbaren Technologien leisten wir einen wesentlichen Beitrag zu deren Umsetzung. Für eine nachhaltige Zukunft engagieren sich auch die Winzer auf diesem Weingut. Sie bewirtschaften ihre Reppberge im Einklang mit der Natur und setzen dabei auf modernste Gebäudetechnik. Sonnenenergie wird hier mit Hilfe von Photovoltaikanlagen in Batterien gespeichert. Und natürlich auch in den Trauben, in den Fässern und später in den Flaschen. Unternehmer wie die Winzerfamilie Lenz machen es vor. Leidenschaftliches und nachhaltiges Wirtschaften sind die zentralen Elemente für den Erfolg. Die Schweiz hat es in der Hand, die Zukunft zu gestalten. Deshalb engagiert sich SwissDeck für das CO2-Gesetz und damit für eine erfolgreiche Branche mit Perspektiven. Wir, die Gebäudetechniker, sind bereit. Packen wir es an! ne S alma S einen D